Und I'll get emotional I'll get emotional Hallöchen, lieblicher Freunde, wir beide stellen euch heute was Neues vor Und zwar um in meiner Amy Snow Breeze Das was da drauf ist, interessiert uns nicht Es geht uns um das, was ich in der Hand habe Und zwar Eisbesuche, habt ihr wahrscheinlich schon gelesen Ich stelle euch heute mal die Eisbesuche vor Als Mundstückaufsatz Beziehungsweise jetzt kommen wir langsam die warmen Tage In Berlin ist heute, weiß ich, 25, 26 Grad Also sagen wir mal, schon die T-Shirt-Tage kommen jetzt Da habe ich mir gedacht, stellst du mal die Eisbesuche vor Perfekt für die Shisha Perfekt, wenn man draußen sitzt Beziehungsweise oder drin, wie ich, mit dem Fenster offen Ähm, ja, die stelle ich heute vor Was ist die Eisbesuche? Die Eisbesuche ist im Grunde nur Na, dieses Teil hier Kommt ein bisschen Rauch raus Ist im Grunde nur dieses Teil Das ist schon die Eisbesuche Das kann man aufschrauben Gibt es natürlich auch wieder an vielen Farben Also weiß ich viel für Farbe Und da drin befindet sich dann so ein Kühlakku Der so aussieht Ja, so ein Teil ist das Das ist da drin Das steckt man, wie gesagt, also das ist dazu Steckt man einfach da rein Oben zu Fertig, vielen Dank fürs Video Spaß beiseite Ähm, tropft hier ganz schön raus Ich muss das mal wieder verbinden Mit dem, äh, mit dem Schlauch Die Eisbesuche, was hat die Eisbesuche für einen Grund? Warum gibt es die? Wenn sich wahrscheinlich viele fragen Immer, Shisha-Bar liest man wahrscheinlich in den Karten Äh, Eisbesuche aufpreis 1 Euro Was ist das, ne? So, ich will mir sowas selber holen Ich weiß nicht, was das ist Ne, dafür bin ich da, Freunde Ich stelle euch das Ganze vor Eisbesuche ist dafür da Das Ding ist kalt Ne, es ist kalt Das ist wie, ähm Wenn man jetzt zum Beispiel ein Schottglas hat Und man hat einen Schluck Alkohol da drin Und das ist zum Beispiel jetzt von Egermeister Die kannst du in den Kühler machen Ähm, und dann sind die kalt Und dann trinkt sich das ein bisschen besser Das ist im Grunde das Gleiche Weil du kannst ja dran ziehen Und hast so eine Kälte im Hals Auch bei Tabaksorten, die jetzt keine Eisnote haben Keine Minznote haben Das ist ja auch so eine leichte Kälte im Hals Was das Rauchen noch ein bisschen angenehmer macht Vor allem bei Wärme Und dafür ist das Teil eigentlich da Jetzt könnte man noch große, weiß ich was auch mal ziehen Aber Ich habe jetzt einen Tabak, der ist jetzt ohne Eis Also ich finde bei Eistabaksorten Finde ich die schon brachial krass Weil ein Eistabak kühlt natürlich den Hals Und das kühlt den Hals mit Weil du ziehst ja so gesehen an dem Eisding vorbei Können wir es ja mal zeigen So, man zieht ja an dem Eisding vorbei Man hat hier dann diese Schlitze Wie man sieht Ja, so ist perfekt Man hat hier so eine Schlitze Da zieht man so gesagt durch Und so kommt dann die Kälte so an den Mund Also man raucht halt den Rauch ein bisschen kälter ein Was ich für den Sommer echt geil finde Also ich bin Fan von der Eisbesucher Ich rauche zwar nicht häufig damit Meist nur im Sommer draußen Ist natürlich keine schlechte Sache Aber wie lange hält denn sowas, ne? Wenn jetzt hier natürlich die Sonne drauf hält Dann ist natürlich was anderes Ich sage immer So ein Kumpel sage ich immer Der raucht immer damit Sag ich Halt das Ding nicht hier fest Halt das hier unten fest Halt das einfach hier unten Also oder hier ganz unten fest Weil hier oben ist das Eispad Du hast eine warme Hand Äh, weiß ich was Äh, die Temperatur vom Körper Also ich glaube um die 36, 35 Grad ist normal Und du wärmst ja die ganze Zeit Dieses Kühlakku auf Deine Hand friert ja ein Aber das Kühlakku wird warm, ne? Das wollen wir natürlich davon nicht haben Ähm Wie wird das Ganze gekühlt? Natürlich im Tiefkühler Im Kühltrank wird das nicht verbringen Da gefriert die Masse da drin nicht Ich weiß gar nicht Ob hier ein Wasser oder ein Gelee drin Das bin ich mir gar nicht sicher Aber es gibt auch verschiedene Varianten Es gibt die einmal mit den Pads Das sieht aus wie vom Wassereis Äh, es gibt so ein Wassereis Das ist immer so ein Tüten Das ist immer so ungefähr so groß Das kann man dann aufessen Und davon ungefähr Gedrittelt gibt es auch so eine kleine Tüten Empfehle ich euch nicht, Freunde Empfehle ich euch wirklich nicht, das zu holen Hol ich euch das immer mit einem Kühlakku Weil diese kleinen Eistüten Dann hast du ja 10 Stück Machst du hier rein Der Durchzug wird jetzt nicht unbedingt besser dadurch Aber diese Dinger schmelzen einfach zu schnell Weil das eine kleinere Dings ist Und kleinere Dinger halt Und da ist noch Wasser drin Holt euch dann lieber einen Kühlakku Ich hatte die auch bei der hier gehabt Waren die damals dabei Und hab mir dann später einen Kühlakku nachgekauft Für 4 Euro oder so Hab den dann da reingemacht Und jetzt läuft es eins Ah, jetzt wird es wirklich Anderthalb Stunden hält Das ist wirklich Irgendwann wird es natürlich warm Dann kann man zum normalen Grundstück Äh, Grundstück zum normalen Grundstück Äh, greifen Och, was ist hier los? Ähm, aber Ansonsten hält es jetzt wirklich super aus Also ich muss sagen Es ist wirklich eine geile Erfindung Für die Shisha Also wer damals darauf kam Props an dich Und es gibt dem Shisha auch nochmal so einen gewissen Flair Weil du Äh, deine Kälte so im Hals hast So eine leichte Finde ich ganz angenehm Also man macht halt aus Tabaksorten Die jetzt kein Eis haben Macht man halt Äh, ein bisschen eisiger Ein bisschen kälter Ich rauche jetzt übrigens Äh, Ananas von Argelini Also Pineapple Und muss sagen Also es schmeckt wirklich sehr, sehr geil Kann ich als Gadget wirklich nur empfehlen Gibt ja auch so einen Vorkühler für die Shisha Und das habe ich noch nie Wisse ich gar nicht Das habe ich noch nie so gesehen So Aber noch nie probiert Aber das hier ist wirklich Eine sehr geile Sache, muss ich sagen Vor allem den wirklich für den Sommer Wirklich sehr zu empfehlen Preisliche Sind zwar hier ab 7 Euro Gibt es auch als Set mit dem Schlauch Für 15 bis 20 Euro Ich habe mir die damals einzugeholt Habe dann gesehen Oh, mein grüner Schlauch passt ja ganz super dafür Weil das beides grün ist Und ich nun mal ein grüner Fan bin Also neongrün Und Ich muss sagen Ich fände es 1A für 7 Euro Kannst du echt nichts falsch machen Und sonst sind die Kauflings auch Unten in der Beschreibung Bei Amazon Könnt ihr euch das Ding gleich bestellen Freunde Und Sonst war es das eigentlich von mir Eigentlich So relativ Ein Erklärungsvideo Ich weiß nicht Was immer noch groß zu sagen Also es gibt hier noch so So einen Schutz drum Also so eine Verzierung Gibt es noch drum Im orientalischen Style Dann gibt es die Auch so lang ungefähr Aber als dünn als Stab Mit dem Gelee drin Die kosten dann Weiß ich 30 Euro Die sind ganz anders Keine Ahnung wie die laufen Die habe ich noch nie gehabt Ich kenne nur die klassische Eisbasuka Und Die reicht mir auch Freunde Wenn es euch gefallen hat Dann sehen wir uns Zum nächsten Shisha Video Wieder Gebt mir einen Daumen nach oben Wenn es euch gefallen hat Und checkt Links nach Schauen Und hier wo mein Gesicht ist Oder da Keine Ahnung Wo auf welcher Seite das ist Wenn ich hier sitze Kommt jetzt zum nächsten Shisha Video Freunde Beziehungsweise zum letzten Und wenn es euch gefallen hat Würde ich sagen Sehen wir uns beim nächsten Mal wieder Ich wünsche guten Rauch Meine Shisha Freunde Bis zum nächsten Mal